Nach Durchlaufen der abschließenden Qualitätsprüfungen von Elbusco 3.0 haben wir damit begonnen, den Elbusco 3.0 ausgiebig auf der Teststrecke zu testen. Der Elbusco 3.0 hat ein revolutionäres neues Design. Mit einem völlig flachen Boden und einer Reichweite von 500 Kilometern. Bodenmontierte Batterien und ein zusammengesetztes Karosserie von Verbundwerkstoffen machen es 33 Prozent leichter. Lieferungen werden 2021 anfangen.